Nun ist es also so richtig offiziell, Betty Taube, 26, und Koray Günther, 27, sind tatsächlich getrennt. Seit Monaten wurde immer wieder spekuliert, die Ehe des Models und des Fußballers sei längst Geschichte. Betty selbst hatte mit gelöschten Pechenbildern oder ihrem geendeten Instagram-Namenhinweise gestreut. Nachdem sich Koray im Netz nun mit einer anderen gezeigt hatte, bestätigte Bettys Management MFM GMT jetzt das Liebes-Aus gegenüber Promiflash. Wir bestätigen die einvernehmliche Trennung der beiden, erklärten die Medienvertreter der einstigen Germany's Next Topmodel, Kandidatin am Dienstag auf Nachfrage gegenüber Promiflash. Seit wann und warum Betty und Koray getrennte Wege gehen, ließen sie offen. Das X-Paar hatte sich 2016 das Ja-Wort gegeben. Während Betty lange ein Geheimnis um ihren aktuellen Beziehungsstatus machte, zeigte sich Koray gerade erst mega-happy mit einer neuen an seiner Seite, dem italienischen Model Veronika Loy. Ein Pechenbild der beiden hatte die Blondine in ihrer Story mit mein an und alles betitelt. Tipps für Promiflash? Einfach e-mail n-tipps-at-promiflash.de Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020